Hallo. Hallo. Hallo, Hallihallo. Ich glaub, jetzt geht's los. Yeah! Was denn? Hört mal, ich glaub, jetzt bin ich mit Computerstimme. Cool! Wir haben eine 1x1-CD gemacht mit Nena. 28, 32, 36, denn das reicht nicht. Mathe haben wir schon. Das 1x1 haben wir noch nicht. Aber wie es so ist, glaub ich, so auf jeden Fall mit Zahlen und mit Buchstaben. So stell ich mir das vor, ja. So ungefähr. Ein Kind in meinem Freundeskreis, die Lisa hatte, die Idee, das 1x1 übers Singen auswendig zu lernen. 1x2 ist 2 2x2 ist 4 3x2 ist 6 Ich mein John 6 4x2 ist 8 Da hat zum Beispiel eine Reihe, zum Beispiel die 5er Reihe, da muss man immer 5x zum Beispiel 9 rechnen, 5x10 und immer so weiter. Es gibt schwere Stellen, die ich mir nicht so merken kann, aber auch leichte. Also die 8er Reihe war gerade eben nicht die leichte. Ja, die 8er fand ich auch nicht die leichteste. Also bei mir war es die 9er Reihe, also die höhere. Ich habe das 1x1 gar nicht gekannt. Und dann hat Lisa für sich selber irgendwie die Idee entwickelt, wie wäre es denn, wenn ich das 1x1 einfach zu Liedern singe, die ich selber mag und die ich auswendig kann. Dann habt ihr mich hier angerufen. Ich weiß noch, ihr habt mich hier angerufen und gesagt, dürfen wir deine Lieder mal benutzen? Ich sag, wofür denn? Und dann habt ihr mir das so erklärt und ich fand die Idee so toll. Ich hab 45 gekleider ähnlich und verwirrt mich. 7x9 ist 63, vorne 60 hinten 3. Und 8x9 ist 72, vorne 70 hinten 2. Du bist dann mit der Idee in die Schule gegangen und dann habt ihr das gemacht. Und deine Lehrer fanden das auch cool, oder? Ja. Für viele ging das dann auch so, dass sie die Lieder dann im Kopf hatten. Durchsingen? Ja. Und dann haben sie im Kopf das durchgesungen, dann haben sie die Antwort gewusst, was man denn da hinschreiben soll. Was, herrlich! Denn ich hab nur von mir gebrannt, ich hab die oft nur kurz gesehen, dann kam schon 12 und dann durchsingen. Eine Musik von einem Lied, das andere erfunden haben, nur mit den Instrumenten. Und dann den Text haben sie selber dazu gesungen, eben nur mit den Zahlen. Und manchmal hab ich auch mitgesungen und dann kann man sich, wenn man den Text weiß, kann man sich den halt immer merken und dann kann man die Reihe einfach mitsingen. mitziehen. Da sind ja auch witzige Sprüche dabei. Wenn man jetzt zum Beispiel das Lied auswendig kann, dann kann man ja auch gleichzeitig die Reihe auswendig. Ich hör sie auch manchmal nur zum Spaß haben an. Chaosrunde? Alle durcheinander. Ach so. Okay, fang an. Zwei mal zwei? Vier. Das 1x1 lernt man auswendig und das hat man dann fürs Leben. Aber selbst das auswendig lernen muss, über Spaß und Freude laufen, weil sonst bleibt es auch nicht hängen. Man tut ja singen. Man denkt, es wär irgendein Lied. Und man merkt nicht mehr, dass man das lernt gerade. Bei der 8. Reihe, da wusste ich nicht, was 6x8 ist. Da hab ich mir die 8. Reihe laufen lassen. Und dann war da auch so was Tolles, was ich immer toll fand. Und immer, wenn die Aufgabe kam, hab ich zuerst diese Stelle des Liedes gesungen. Also halb nicht für mich gesungen. Und die Zahl aber laut. Und dann hab ich's auch mal gemerkt. Es macht halt Spaß. Und halt nicht vor einem Blatt Papier zu stehen und jede Aufgabe 10 Mal abzuschalten. Es macht keinen Spaß. Ich darf heute nicht bedrönt, denn ich hab nur vom Spiel getrunken. Ich hab die Art nur hoch gelegt, denn ich hab schon gefühlt und bleib dich sehen. Das erste Mal, da war ich ziemlich, ja, ziemlich aufgeregt. Da ist eine Kamera mit Styropor an den Wänden. Und dann hat's halt ein Mikrofon und da musst du reinsingen. Und dann noch ein Spiegel. Eigentlich gar nicht schlimm. Vorne siehst du dann einen, der kann dir auch noch was zuflüstern oder so. Man muss ziemlich oft wiederholen. Vier Mal sind wir ins Studio gekommen und haben dann halt immer kräftig am Tag sehr viel gemacht. Du warst ja mit hier im Studio, hast das alles mit eingesungen und eingesprochen. Wie war das denn so für dich? Toll. Ja? Du lernst ja in der Schule das 1x1 noch gar nicht. Ja. Oder? Ja, Leni hat auch dann das 1x1 auch schon einmal auswendig gekonnt. So durchsingen? Ja. Obwohl du es in der Schule noch gar nicht machen musst? Kannst du es jetzt schon? Ja. Das ist doch praktisch. Nö, die 3er-Reihe kann ich. Die 3er-Reihe kann sie. Auswendig. Auswendig. Das ist ja perfekt. Hast du das ja schon mal abgehackt. Und macht das Spaß, das 1x1 zu singen? Ja. Ja? Ja. Ich finde, ihr habt das so super gemacht. Ich habe ja gar nicht viel mitgemacht hier an eurem Projekt. Das ist ja eigentlich euer Projekt. Ich habe mal ein bisschen so Backing Vocals gesungen. Ja. Ich finde das so toll, wie ihr das gemacht habt. Wir waren noch beim Fotoshooting. Trampolin springen und verschiedene Posen machen. Hast du meine 9 für mich? Dann singe ich ein Lied für dich vor. 1, 2, 3. Ja! Super! 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 Danke euch! Geil! 4x9, ich glaub das weiß ich. 7x30, 4x36. Was mich ja wirklich auch freut ist, dass eure Lehrerin da so offen war. Ja. Und einfach gesagt hat, hey, das ist eine tolle Idee. Mhm. Und wenn euch das auswendig Lernen vom 1x1 dadurch so vereinfachen kann. Ja. Ich kann mich natürlich sehr gut an meine Grundschulzeit erinnern. Und ich hab ab irgendeinem Punkt auch gedacht, hm, ich kann Mathe nicht. Und Mathe wurde mir immer als so ein, wie so ein kleines Monster, das dann ständig wuchs und wuchs und immer größer wurde vermittelt. Das ist nicht gut, wenn erwachsene Kinder die Mathematik halt irgendwie so präsentieren, dass man da überhaupt gar keinen Bock mehr drauf hat. Ja, Zahlen sind ja der Schlüssel zu ganz vielen Dingen. Und das ist so schade, dass so viele Kinder in der Schule da den Zugang nicht vermittelt bekommen. Wenn man als Erwachsener gut rechnen kann, dann muss man ja im Fast-Geben-Job rechnen. Fast. Fast, na toll. Muss man im Fußball rechnen? Hm, nein. Aber der Trainer? Also, der Trainer muss auch viel rechnen. Er muss rechnen, wann, wie viele Spieler er hat, wie viel er aufstellen muss, wann er jedes Baby. Und die Formation, Aufstellung, 4-4-2 oder 3-6-9. Mir macht das Lernen Spaß, weil du lernst immer jeden Tag was dazu. Manche haben sich schon mal krank gestellt. Für was? Na du ***, hat der nur husten und ist nicht in die Schule gekommen. Ich hätte auch mal super stark husten und bin nicht gekommen. Ja, aber der hatte ... mehr nicht. Und für dich ist das jetzt so fertig mit dem 1x1, oder? Ja. Ich kann jetzt auch ... Früher meine schwerste Aufgabe war 8x7. Ich weiß schon, dass es 56 ist. Jetzt weiß ich es schon. Aber früher habe ich das nie gekonnt. Wenn Papa so aus dem Nichts gesagt hat, was ist jetzt 7x8. Und da habe ich es nie gekonnt. Und jetzt kannst du das, weil du dich an den Song erinnerst? Ja. Ihr habt euch ja einen Song von mir dafür ausgesucht. Dafür die 7er-Reihe. Hast du denn das mal den anfangen? Könnt ihr den nicht mal kurz so anstimmen? Und einmal 7. 7. Sing mal weiter. Ich kann es noch nicht so auswendig wie ihr. Hab das 1x7, hab ich lange vermieden. Es ist so kompliziert, man muss es nicht lieben. Weiter. Das 1x7, ich wollte es verschieben. Doch irgendwann habe ich mich dem 1x7 verschrieben. Und jetzt ist 8x7 zackig. Ja. Was? 56. Perfekt. So einfach geht das? Ja. Deshalb finde ich diese Idee so schön. Und noch schöner ist es, dass diese Idee, das 1x1 so auswendig zu lernen, nämlich übers Singen von Kindern stammt, das ist so authentisch. Besser geht es nicht. Chaosrunde! Chaosrunde? Alle durcheinander. Ach so. Okay, fang an. 2x2? 4. 6x2? 12. 3x2? 6. 8x2? 16. 4x2? 8. 7x2? 14. 9x2? 18. 5x2? 10. 10. 10x2? 20. 10x3? 10x2? 15. 20x2? 20x2? 20x3? 22x3? 20x2? 22x3? 21x2? 22x3? 22x3? Vielen Dank.